Hallo, ich bin Manuel Nau von AMF und heute zeige ich Ihnen die korrekte Montage unseres hydraulischen Anschlusssets aus dem Bereich der Nullpunktspanntechnik. Das Anschlussset beinhaltet alles, was Sie benötigen, um einen Druckerzeuger wie zum Beispiel unseren Druckübersetzer oder unsere Lufthydraulikpumpe mit einer hydraulischen Nullpunktspanntechnik zu verbinden. Zum Lieferumfang gehören ein Hydraulikschlauch, verschiedene Rohrverschraubungen, eine T-Verschraubung, zwei Schnellkupplungen sowie ein Manometer für den Druckbereich 0 bis 100 Bar. Beginnen wir nun mit der Montage des Anschlussets und starten beim Druckerzeuger. Bei unserem Druckübersetzer haben Sie gleich mehrere Anschlussmöglichkeiten, je nachdem welche Position für Sie besser geeignet ist, nach oben oder zur Seite. Bei unserer Lufthydraulikpumpe befindet sich der Anschluss seitlich am Produkt. Um den Hydraulikschlauch am Ende bestmöglich und plattsparend zu positionieren, starten wir mit einer Winkelverschraubung. Alternativ ist eine gerade Verschraubung ebenfalls im Set enthalten. Die Winkelverschraubung sowie auch andere Verschraubungen im Set verfügen über einen integrierten Schneidring, der bei richtiger Montage für die metallische Abdichtung sorgt. Die Vormontage dieser Schneidverschraubungen sollte immer durch eine geschulte Fachkraft erfolgen. Es ist ebenso die Verwendung eines Vormontagestutzens ideal. So kann die Prozesssicherheit gewährleistet werden. Am anderen Ende des Hydraulikschlauchs wird eine weitere Schneidverschraubung montiert. Abschließend wird die Schnellkupplungsmuffe montiert und festgezogen. Wir haben nun unsere Verschraubungen montieren lassen und nun kann der Hydraulikschlauch am Druckerzeuger verschraubt werden. Am Beispiel der Lufthydraulikpumpe öffnen wir nun die Verschlussschraube und montieren den Hydraulikschlauch. Durch die Winkelverschraubung verläuft der Hydraulikschlauch nun platzsparend parallel zur Pumpe. Nun kommen wir zur Verschraubung der restlichen Teile und wir starten mit dem T-Stück. Hiervon gehen rechts und links zwei gerade Verschraubungen ab. Darauf folgen einmal der Schnellkupplungsstecker, der zur Aufnahme des Hydraulikschlauches dient, sowie auf der anderen Seite die Schnellkupplungsmuffe, die mit der Nullpunktspannstation verbunden wird. Abschließend wird noch eine Verschraubung, das Manometer und eine Aluminiumdichtung angebracht. Die drei Überwurfmuttern am T-Stück und der Verschraubung werden für die Montage nicht benötigt und können beiseite gelegt werden. Die fachgerechte Montage der Verschraubungen sollte auch hier von geschultem Fachpersonal erfolgen. Dadurch erhalten wir dann eine fertige Verschraubung mit integriertem Manometer. Dieses wird dann mit dem Schlauch vom Druckerzeuger gekoppelt und kann anschließend mit dem Nullpunktspannsystem verbunden werden. Sollte Ihre Spannstation werkseitig über keinen Schnellkupplungsstecker verfügen, ist dieser ebenfalls im Anschlussset beigelegt und kann mit einer Kupferdichtung an der Platte montiert werden. Bevor das System nun einsatzbereit ist, solltet der Hydraulikschlauch und die Komponenten entlüftet werden. Hierzu nehmen wir den losen Schnellkupplungsstecker und verbinden diesen mit unserem angeschlossenen Hydraulikschlauch. Betätigen Sie nun kurze Zeit den Druckerzeuger, so dass das Öl fließen kann und die Leitung entlüftet ist. Nun ist das System einsatzbereit. Den Hydraulikschlauch inklusive Manometer anschließen und das Nullpunktspannsystem kann geöffnet werden. Um hier einen festen Griff zu haben, können die Verschraubungen als eine Art Handgriff benutzt werden. Falls Sie kein Manometer an der Spannstation benötigen, können Sie diese Einheit einfach entfernen und den Hydraulikschlauch direkt anschließen. Eigentlich ganz einfach, oder? Unser Anschlussset beinhaltet alles, was Sie für die hydraulische Verbindung zu unserem Nullpunktspannsystem benötigen. Es ist die perfekte Ergänzung zu unseren Druckerzeugern und macht einen einfachen und flexiblen Anschluss überhaupt erst möglich. Sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manuel Nau.